Der Fokus der Notenbank liegt auf der Unterstützung des Arbeitsmarktes. Vermögenspreisblasen können entstehen, diese sind aber nachrangig zu betrachten. In diesem Sinne darf ich Sie sehr herzlich zu einem kurzen Update begrüßen. Wir betrachten zunächst auf das Statement von Jerome Powell von der US-Notenbank in dieser Woche. Und Sie sehen das hier entsprechend auch abgetragen. Und zwar hat ihn ein Reporter von Bloomberg gefragt, inwieweit Jerome Powell oder die US-Notenbank in Gänze eben besorgt darüber sei, dass wir über potenzielle Vermögenspreisblasen sprechen. Sie wissen, die Zinsen sind bei Null, die Notenbankbilanz hat sich massiv gesteigert, die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ist ordentlich angestiegen und wir sehen eine Vielzahl von neuen Marktteilnehmern an den Börsen, also Privatanleger, die jedoch sehr spekulativ unterwegs sind. Und Sie sehen hier dann entsprechend auch die Antwort abgetragen, relativ umfangreich, aber im Kern geht es darum, dass man den Fokus darauf hat, wie sich die Lage der Wirtschaft darstellt, die natürlich momentan mit großen Unsicherheiten behaftet aufgrund der Corona-Pandemie, der Lockerungsmaßnahmen und des ungewissen weiteren Verlaufes. Man schaut sehr stark auf den Arbeitsmarkt und auf die Inflation. Der Arbeitsmarkt, der hat noch große Herausforderungen vor sich, da sind wir uns alle einig. Da wird es noch viel zu tun geben, da wird es aus Seiten der FED viel Unterstützungspotenzial geben, was die Finanzierung von staatlichen Ausgaben betrifft. Sie wissen, dieses Hand in Hand von Notenbank und Finanzministerium ja eines der wesentlichen Themen, was Anleger im Blick halten müssen. Rechtfertigen muss die Notenbank sich nicht. Die Inflation nach offizieller Lesart ist relativ niedrig. Die Inflationserwartung, die Sie aus langfristigen Kapitalmarktpreisen ableiten können, ist ebenfalls relativ niedrig. Und von daher muss man davon ausgehen, dass die Notenbank eben weiter hier stimulierend sein wird, was eben das Risiko von Vermögenspreisblasen entsprechend nach oben hieft. Wenn wir uns das nochmal hier auch anschauen, und ich finde, das wird sehr deutlich in diesem Statement, also was wäre denn, wenn die Notenbank denken würde, Vermögenspreise wären zu hoch oder dass andere Marktteilnehmer das denken können. Und er sagt aber im Endeffekt ganz klar, wir müssen uns auf das konzentrieren, was unsere Aufgabe ist, weil was würde denn den Menschen, dem Volk passieren, wenn wir unsere Dienste hier nicht entsprechend erbringen. Wir sind eben darauf ausgelegt, dass der Maximum an Employment, also Maximum den Arbeitsmarkt zu unterstützen und stabile Preise gemessen an der offiziellen Lesart eben darzustellen. Übersetzt kann man daraus formulieren, dass die Notenbank ihre Prioritäten sehr klar kommuniziert. Hier gibt es keine Missverständnisse, Vermögenspreisblasen zu beurteilen. Sowieso sehr, sehr schwierig. Meistens wissen sie erst im Nachhinein, ob eine Vermögenspreisblase vorlag. Zudem können auch solche Preisentwicklungen natürlich sehr, sehr langfristig Bestand haben. Also vor diesem Hintergrund sind Anleger gefordert, sich selbst darüber Gedanken zu machen, wie sie sich positionieren, in einer Welt ohne Zinsen und in einer Welt, in der sehr große Marktteilnehmer eben nicht ökonomisch denken, wenn sie Vermögenswerte anschaffen, sondern eben andere Interessen verfolgen. Von daher der Blick auch auf die aktuellen Zinsen, das wird wohl ein Thema sein, was uns auch in Zukunft nicht gerade Freude machen wird. Hier jetzt mal für Deutschland dementsprechend dargestellt. Sie sehen es, die Renditen für zweijährige deutsche Bundesanleihen minus 0,63%. Zehnjährige Papiere minus 0,416%. Und selbst 30-jährige Papiere, Sie können es schon sehen, da sind wir nur bei knapp überhalb der Nulllinie. Deutschland hat sich in dieser Woche am Kapitalmarkt refinanziert. Rund 6 Milliarden Euro an Volumen wurden im Rahmen einer 30-jährigen Staatsanleihe aufgenommen. Nachfrage gab es wohl in Höhe von 30 Milliarden und das zeigt auch schon sehr deutlich, dass Deutschland, was sich ja im internationalen Vergleich sehr offensiv darin zeigt, die Wirtschaft zu stützen, Kreditgarantien zu geben, sich auch an Unternehmen mitzubeteiligen, dass man hier bereit und gewillt ist, von diesem Konzept der schwarzen Null, von diesem Thema Sparen abzurücken. Und dementsprechend auch aufgrund dieser niedrigen Zinssituation, Wenn wir uns vorstellen, dass Deutschland beispielsweise 200 Milliarden zusätzlich im Kapitalmarkt finanzieren müsste und wir stellen uns vor, wir hätten einen Zins von, sagen wir mal, 0,3% für 30 Jahre, dann haben Sie bei 200 Milliarden, 1% wären 2 Milliarden, 0,3 wären 600 Millionen Zinszahlungen im Jahr und 600 Millionen Zinszahlungen plus die entsprechende Belastung natürlich dementsprechend relativ gut zu schultern für ein Land wie Deutschland. Von daher, auch diese Interventionen rund um den EU-Aufbaufonds und auch die Bestrebungen in Deutschland, sich anders zu positionieren, das sind durchaus Themen, die Anleger auf dem Schirm haben müssen und daher im Kern die Zinsen bleiben niedrig, die Inflation ist auch niedrig, kann natürlich steigen, das stellt ein Risiko für die langfristige Vermögensplanung dar und von Seiten der Notenbanken sollten Anleger keine Hilfe erwarten. Man muss sich schon selbst darum kümmern, die ökonomisch sinnvolle Vermögensstruktur zu wählen. Das ist ja auch ein Hinweis, den die Europäische Zentralbank vor einigen Jahren schon mal gegeben hat, als man aus deutscher Sicht darüber lamentiert hat, dass Sparer und Versicherungen zu wenig Ertrag generieren. Jeder, wer dann eben sei für seine Vermögensanlage selbst verantwortlich und aus deutscher Perspektive muss man ja sagen, es zwingt die Deutschen ja niemand, rund 70 bis 80% ihres Geldvermögens in zinsgebundenen Anlagen wie Bankguthaben, Tagesgeldkonten, Bausparverträgen und Versicherungsverträgen entsprechend zu halten. Also von daher ganz klar, da bleibt die Arbeit eben auf der privaten Seite übrig. Auf der anderen Seite müssen wir uns die Frage stellen, wie können Anleger in dieser Welt, die auf der einen Seite geprägt ist durch diesen Corona-Schock, durch wirtschaftliche und politische Unsicherheiten zuhauf, denken Sie dran, das Thema Brexit, da sieht es nicht wirklich nach einer klaren Regelung aus, dass man auf einer guten Übereinkunftsebene hier agieren wird. Denken Sie an das Thema Handelskonflikt, China, USA, auch das etwas, was uns mit Sicherheit weiter begleiten wird. Denken Sie an die Wahlen in den USA im Verlauf dieses Jahres. Also es gibt viel, viele Themen, die wahrscheinlich dafür sorgen werden, dass wir ein höheres Volatilitätsregime an den Kapitalmärkten haben und das erhöht immer natürlich das Risiko davon oder dafür finanziell schlechte Entscheidungen zu treffen, weil man eben zu prozüglich agiert oder auch zu sehr den Marktbewegungen hinterherläuft. Daher eine kleine Anleitung, wie man das Ganze in der heutigen Situation machen könnte, das einfach ein Ausschnitt und Sie sehen schon hier, wir beginnen mit der Finanzplanung. Die Finanzplanung sollte mindestens den Vermögensstatus enthalten, weil Sie auf Basis der Vermögensbilanz auch eine entsprechende Strukturanalyse vornehmen können, um Klumpenrisiken zu erkennen. Wenn Sie den Anlagehorizont Ihrer Gelder sinnvoll ermitteln möchten, um nicht in Crashphasen, in Stressphasen am Kapitalmarkt nervös zu werden, dann ist die Liquiditätsplanung ein wesentlicher Aspekt, weil das sorgt eben auch dafür zu wissen, welchen Horizont man für welche Risikokapitalanlagen wählen kann. Dann die Ermittlungen der finanziellen Risikobereitschaft, das geht auf wissenschaftlich fundierter Basis. Die objektive Risikotragfähigkeit, die bekommt man eben auch unter anderem aus der Liquiditäts- und aus der Lebensplanung. Dann sehen Sie hier die Herleitung der langfristigen Attrags- und Risikoerwartungen für verschiedene Vermögensklassen. Und dann macht es Sinn, wie in vielen anderen Sachverhalten des Lebens auch, auch mal Stressphasen zu trainieren. Also nicht einfach auf den Platz zu gehen, ohne sich mal mit Risiken beschäftigt zu haben. Also wie hat sich eigentlich mein geplantes Portfolio in historischen Kapitalmarktkrisen bewegt und welche zukünftigen Schwankungen darf ich aufgrund statistischer Auswertungen erwarten. Wenn man das Ganze dann zusammenführt auf der Anlageebene, also die Umsetzung und der Anlegerebene, dann kommt man zu einem Investment Policy Statement. Das heißt, hier kann man die Anlagestrategie entsprechend formulieren. Und dann geht es um die wichtigen Umsetzungen, Fragen, wo machen aktive Manager Sinn, wo agiert man über passive Fonds, soll das Risikomanagement hier vielleicht nur über ein Rebalancing erfolgen oder gibt es weitere taktische Eingriffe. Wie sieht das eigentlich mit steuerlichen Aspekten aus? Sie wissen, Investmentsteuerreform und ähnliches gilt es immer zu berücksichtigen. Gibt es noch Verlustvorträge aus der Vergangenheit und ähnliches. Und auch die rechtlichen Aspekte sind ein großes Thema in einer Zeit, wo auch größere Teile der Bevölkerung in eine Erbschaft und Schenkungssteuerbelastung hineinrutschen aufgrund der gestiegenen Vermögenspreise und aufgrund der gestiegenen Immobilienpreise. In diesem Sinne, Sie merken schon, es ist viel zu tun. Die Notenbank wird sich um die Stabilität des Finanzsystems kümmern. Alle anderen Themen, die müssen wir uns selbst entsprechend hier aneignen und behandeln. Wir stehen Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nur das Beste. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.